Und weiter geht's mit Let's Play Final Fantasy 2. Mit Jelko. Mit Jelko, hallo. Ah, wo lang aber, wo lang. Ich hab gar keine Ahnung, wo lang. Die haben mir auch nirgendwo gesagt, irgendwie, ja, das liegt im Osten oder so. Die sagen nur so, ja, du brauchst ein Schiff. Das war's. Hey, wenn ich auf ein anderes Fenster gehe, dann sehe ich hier dein Dingens. Deine Übertragung, so als Mini-Dingen. Okay. Also ich kann, egal was ich mache, dein Bild ist immer im Vordergrund. Ah, cool. Ist voll praktisch. Kann ich das auch ein bisschen größer machen? Hier sind wir nun. Da waren wir ja, vorhin im Part. Schneegebiet. Na, besiegen wir mal die Killerfische. Killerfisch, uh. Ey, die heißen auch so. Ja. Wundern wir schon über diesen Namen. Ah, guter Schaden. Und dann wundert man sich, warum alle denken, dass Videospiele brutal sind. Killerspiele. Wenn die Entwickler die Gegner schon selbst so nennen, ey. Killerfisch? Ist immerhin auch so ein Gameboy-Spiel, ne? Game Advance hier für die kleinen Stöpsel, ne? Dann hier sowas, ey. Wenn man sowas gutheißen kann, weiß ich nicht. Killerbrot. Oh, die machen so viel Schaden, alle. Ich dachte, es wäre OP. Niemals. Du doch nicht. Vorlang muss es aber, ey. Das regt mich am meisten auf. Das glaube ich dir. Diesmal glaube ich dir das. So. Also, ich denke da auch nicht. Ja. Viel Wasser auf jeden Fall. Mehr, mehr. Und noch mehr, mehr. Okay, da waren wir ja gerade. Vielleicht hier? Ich glaube, hier waren wir aber schon mal. Ja. Hier waren die Puddings. Also auch nicht da. Kein Pudding. Kein Pudding. So. Dann Blitz auf alle. Da. Ah, sie muss mir nochmal angreifen. Okay. Wie siegt ihr da? Das sind ein paar Gegner, oder? Ach, schön. Blitzstufe ist gestiegen. Entliegenz auch. Herrlich. Speisern wir mal. Ich muss viel speisern, weil ich habe keinen Bock, irgendwie, dass irgendwas verloren gehen. Ja, ja, das kenne ich. Ah. Wieder Pudding, ey. Hm. Hier ist auch gar nichts, ey. Okay. Hier fehlt mir schon mal ein bisschen sisser. Auf jeden Fall. Ich glaube, der Jack ist gerade wieder weg. Aber kein Problem. Ich bin hier. Ich bin nicht weg. Allein Unterhalter. Ich bin immer da. Ich habe nur gerade was geschrieben. Und weil du ja sagst, man hört meine Tastatur immer, habe ich mich kurz gemutet. Oh, professionell der Typ. Immer. Seit dem ersten Tag. Oh, ja. Der erste Tag. Und die Maus im Bild bei den ersten 20 Parts war Absicht. Und dass du die ersten 10 Parts wusstest, dass man rennen kann. Ähm. Ihr müsst nämlich wissen. Naja, das ist ja kein technischer Fail, sondern das ist eher Unstile. Kamikaze? Oh, so wenig nur. Voll. Ich dachte, das wäre so wie Finale bei Pokémon. Ja. Da Kamikaze. Oh. Oh, wie süß. Nein. Nicht mal bei dem Magier macht das Damage. Was ist denn los hier? Hm. Okay. Die Energie will es so viel wie möglich auch verbrauchen, bevor ich eine Hütte benutze. Und es heile. Ich speise mal hier. Hier muss doch irgendwas sein. Ah, kein Pudding. Kein Pudding. Ich will kein Pudding. Für das verfickte Schloss haben, die hier da ist. I hate these motherfucking snakes and this motherfucking plane. Okay. Der hat keine MP mehr. Oder sie. Keine Ahnung, wer gerade gezaubert hat. Ja, Leila. Macht wie Schaden, auf jeden Fall, die Frau. Ne, Leilas Nachkampferin oder was? Boah. Leila ist fast tot. Naja, die ist nur für Einszuge brauchen. Du weißt schon. Wir brauchten nur ihr Schiff. Und ihren Körper. Warte mal. Na ja, hast du dieses eine Video gesehen, wo Balo auch schnick schnack gesagt hat? Ja. Es war breit, dieses überall. War zwar jetzt nicht so, wie wir das gebrauchen, aber ich hab's trotzdem irgendwie gehört. Dann musste ich plötzlich lachen. So, ey, was hat der gerade gesagt? Oh, lol. Was ist das für ein Typ, ey? Den haben wir aber schon mal besiegt. Nehmen wir mal ein Heal. Naja, Leila ist Game Over. Ja. Zum Nix, wie du brauchen die Frauen. Wie sich da liegt, ey. Boah. Ah, zu stark. Haut mal ab. Ich glaub, der Gigas hat ein kleines Level ab. Ja. Kommt Kamikaze wieder. Oh. Oh, der war schon ein bisschen heftiger. Okay. Ähm. Ich bin tot. Speisern sei Dank. Wir können weiterspielen. Ja. Paranoia zahlt sich eben manchmal doch aus. Ja, auf jeden Fall. Verdammt, ey. Was mach ich hier? So, wie wird der hier besiegt? Du kannst es verpissen. Buh. Schön. Oh, man, das nervt. Okay. So, der ist jetzt auch down. Wie macht der einmal so viel Schade und einmal gar nicht. Ich weiß nicht, was mit dir ist. Das ist ein eigenes Zweideutel. Hat sie irgendwie Elementarangriffe? Eigentlich nicht. Nö. So. Aber wieder Kamikaze. Das müsste jetzt aber sehr wenig abziehen. Ja, okay. Selbst jetzt. Ah, vielleicht ist das schon nicht wenig. Ja. Sie ist leider neu in die Party reingekommen, ne? Und ja. Ich kann eben nichts. Sie ist nicht so gut trainiert wie die anderen. Von so einem Meister wie mir. Vielleicht muss ich hier irgendwie lang. Habt ihr gesehen, wie der Meister gerade kopiert ist. Ja, da sind wir hier ein bisschen so... Tricky. Ich bin tricky auf jeden Fall. Ey, ich bekomme noch nicht mal eine Karte, oder? Was für eine Karte haben, wenigstens. Aber ne, das habe ich auch nicht. Vielleicht gibt es irgendwo eine versteckte Karte. Was sind das für Leute? Okay, das sah eigentlich stark aus, aber naja. Ich dachte auch gerade. Es dachte mir gerade so, mein Untergang. Oh nein. Oh nein. Dieser Part wird nichts, Leute. Jetzt hab's zu dem Urin. Einer ist down. Bleiben nur noch 7. Die Musik dazu die ganze Zeit. Du musst kurz die Battlemusik dir anhören dazu, ey. Dann weißt du, was ich jetzt lebe. Boah, die gehen alle vor die Hunde, ey. Ich hab das Gefühl, es läuft nicht so gerade. Ja, das sehe ich. Ich glaube, du bist hier falsch. Ich glaube, ich glaube, ich auch. Ich würde nur noch da ist. Wie das auch heißt. Stein an. Alexis. Alter, ey. Was ist los mit den Gegnern, ey? So, wo ist mein Schiff? Das ist unten oder oben? Wo ist mein Schiff? Ey, kennst du noch diesen alten deutschen Film? Ey Mann, wo ist mein Auto? Das ist doch kein deutscher Film. Ey Mann, wo ist mein Auto? Das ist doch kein deutscher Film. Ey Mann, wo ist mein Auto? Ist doch mit Dings hier. Das ist doch mit hier. Mit Stifler. War das denn mit Stifler? Hä, warte. War das denn mit hier? Hier, wie heißt nochmal der, der auch Hausmaß der Krause gespielt hat? Nein. Wie geht es nicht? Nein. Ich weiß gar nicht, welchen Film du meinst. Hier, der, diese ganzen Ballermann-Filme auch. Nee. Wie hieß er nochmal? Wie hieß nochmal dieser Schauspieler? Ich weiß nicht, wie der heißt. Irgendwas mit Krüger? Tommi Krüger? Nein? Ach, keine Ahnung. Ich google mal gerade. Der heißt... Zeig mir das doch. Alter, ey. Wo bin ich? Tom Gerhardt. Tom Gerhardt. Genau. Wusste ich's doch. Ah, da ist mein Schiff. Welchen Film? Du meinst, das weiß ich nicht. Ja, halt diese ganzen Ballermann-Filme. Das ist auch ein... Ey, man muss mein Auto. Ja, die heißen auch so Ballermann 6 und so. Keine Ahnung. Ja, aber da gab noch andere Filme halt, ne? Wurde auch noch anders hießen. Ich dachte, ey, mal ist es... Pura Vida Ibiza. Germanicus. Keine Ahnung. Resident Evil Apokalypse. Hahaha. Gastauftritt als Zombie. Was? Hahaha, wie cool. Ja, die sieben Zwerge, ne? Siegfried. Dinosaurier gegen uns seht ja halt aus. Freche Mädchen 2. Die Super Bullen. Der Blender. Und Agent Ranjit rettet die Welt. Okay. Ja, das war's. Auf jeden Fall. Was hier irgendwie? Oder hast du denn schon wieder durch irgendeine Weite, ey? Wolltest du nicht zu deinem Schiff? Ja, das war schon bei meinem Schiff. Aha. Das ist ja aber... Bist du jetzt schon woanders hingereist, oder was? Ja. Mach's so. Die Gehen sind auf jeden Fall hier schwach. Ich hab auch keinen Bock gegen die krasse Grenzen. Hallo? Ist hier was? Wieso so viel Wald, ey? So unnötig? Wahrscheinlich ist ein so ein Quadrat davon, so ein geheimer Ort, ey. Wo bin ich? Ich bin ja vollkommen falsch, glaube ich. Will ich mich hier total verarschen? Ey, ich muss wieder aus meinem Schiff, ey. Ich glaub, das wird nix. Ich muss auch gleich den Part beenden, ein paar Minuten. Hast du gar nichts gemacht in dem Part? Ja, ich streife nur durch die ganze Landschaft und suche, ey. Da ist. Oh, die Musik. Ich liebe die Musik eigenes, weil die ist auch so schnell. Das findest geil, aber... Ich glaub, hier bin's auch falsch. Alter, ey. Können wir bitte hier abhauen? So, ey, nee. Das ist mir jetzt zu doof hier. Los, killt die weg, ey. Weg damit. Will die gar nicht mehr sehen. Bam. Oh, 55 Kilo. Nee, muss nach unten wieder. Alter, ey. Was für ein scheiß Labyrinth. Die Musik dazu. Ich will nicht gegen die ersten Gegner hier kämpfen. Darauf hab ich gar keinen Bock. So, da ist mein Schiff. Ja, Chimera, Ameisenlöwe. Die sind, glaub ich, stark. Ey, wo lang, ey. Kein Bock gegen einen Höllentaucher. Was sind das für Namen? Höllentaucher. Warte mal. Ich speise mal hier. Das ist hier eigenes... Okay, leider nicht. Schade. Das wär eigentlich cool, das in diesem Part hier zu finden. Gehen wir durch den Wald hier, ne? Weil... Es gibt ein sehr kleines verstecktes Gebiet. Da gibt's... ne Premiere im Final Fantasy. Mhm. Ein Kaktor? Nein. Aber sowas ähnliches. Hier, wie heißt der? Warte. Wer ist der nochmal? Was? Ist das ein Gegner? Den man kennt? Er sagt dazu nix. Äh, äh, egal. Ich will trotzdem überlegen, wie der heißt. Warte, ich komm jetzt drauf. Tom Barry. Nein. Schade. Freibeuter? Okay. Ist das vielleicht hier richtig? Das werden wir auf jeden Fall im nächsten Part sehen. Bis gleich, Leute. Tschüss.